. . . . . . . Jetzt sind die ja raus. Die sind auf der Straße. . 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 Das war's für heute. Das ist ein Lunar-Tick, ich nie habe einen Lunar-Tack. Es hat viele sehr viele Tage, sehr lange Tage. Meine Familie kommt aus Oklahoma. Meine littleen Säge, meine Mutter und mein Vater sind nur ein paar Stunden weg. Und so, wir versuchen, alles zusammenzubringen für sie. Wir haben die Stairs in, die Carpet in. Die werden auf die Schnörse gehen. Putz ein paar Food, aber... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.